Es ist etwas ganz Besonderes, nach China zu fliegen. Alles viel größer als hier in Deutschland und viele Menschen auf jeden Fall. Alle haben mich gut aufgenommen und ich bin froh in dieser Mannschaft zu sein und es macht einfach Spaß hier zu klicken. Ich bin froh in dieser Mannschaft. Ich bin froh in dieser Mannschaft. Ich bin froh in dieser Mannschaft.